Das ist ein gepresster Käse. Merkst du, wie der schön kompakt ist? Ich glaube, man sollte sich gut bewegen, wo die Wurzeln sind, wo man herkommt. Deswegen sind regionale Produkte für mich sehr, sehr wichtig. Für mich ist auch der Kontakt zu den Produzenten, das heißt, die haben gerne Kontakt zu den Produzenten, weil ich sage ja immer, ich schaue in die Leute gerne in die Augen. Wer weiß, was es ist, ob das Produkt stimmt oder wie weit es ist mit der Ehrlichkeit ist und wie weit es ist mit der Harmonie ist, auch von Produzenten über die Küche zum Gast. Ich glaube, dass wir damit eine Einzigartigkeit haben. Man merkt die Luft, man merkt einfach wieder, praktisch wie die Natur die Produkte formt. Die alte Kuchel, die es bei uns gewesen ist, ist relativ deftig gewesen, relativ schwer gewesen. Es ist alles mit Produkten von da gemacht, Wursten ist natürlich schwer gewesen. Da haben wir natürlich heute, was für mich und was für den verschiedensten ist, einen sehr, sehr großen Einfluss von der mediterranen Küche. Ich glaube, die Mischung zwischen regionaler, zwischen der Genauigkeit, zwischen der Stärke für die Geschmäcker und der leichten, filigranen, mediterranen Küche, die Kombination ist schon ein Gold wert, glaube ich. Es gibt ein Sprichwort, das heißt, wer die Regeln der Natur befolgt, braucht keine Rezepte. Als Koch meine Aufgabe ist, zu kapieren, ich kann das Optimale aus dem Produkt herauszuholen und das so naturverbunden wie möglich im Gast zu präsentieren. Das ist die Aufgabe für ins Küche. Und ich glaube, das ist auch der Respekt, was wir Küche der Natur gegenüber haben sollten. Die Berge und die Natur, die hat Energie und sie gibt sie da. Du musst die Leute auch nehmen. Du musst die Leute offen sein und wirklich versuchen, die in die Energie zu lassen und sie auch richtig auszusaugen. Ich glaube, man dürfte ausgehen in der Natur und wirklich sein als wie ein Schwamm. Du kriegst sie, es ist ja da, wir müssen es leicht nehmen, es ist alles da. Musik 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 Untertitelung. BR 2018